Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht es gut. Ich hoffe ihr habt Feiertag, keine Ahnung ist bei jedem anders. Ich habe heute zum Beispiel Feiertag, zumindest in Bayern ist es so, in manchen Regionen. Auf jeden Fall momentan traden wir bei ungefähr 21.600 US-Dollar. Wenig Bewegung, wobei es gestern zur FAT-Sitzung dann doch nochmal ein bisschen volatiler wurde. Es war aber absehbar. Trotzdem ist im Endeffekt wirklich nicht viel passiert. Über FAT-Entscheid können wir heute Abend nochmal im Livestream auf jeden Fall reden. Heute Abend 19 Uhr freue ich mich auf jeden Fall drauf. Freue mich auch, wenn viele von euch wieder dabei sind, einfach um nochmal ein bisschen näher auf den Markt einzugehen. Noch ein paar Altcoin-Wünsche vielleicht durchzugehen. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, klickt auf die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet. Ja, damit würde ich sagen, starten wir direkt durch. Momentan 21.600 US-Dollar. Wir hatten, wir gehen mal ganz kurz in den 1-Stunden-Chart, dann seht ihr es vielleicht ein bisschen besser. Gestern zur FAT-Sitzung relativ hohe Volatilität. Wir hatten erst einen Fake-Move nach unten gehabt. Die 0,75 Basispunkte waren im Endeffekt eingepreist, auch wenn manche gehofft haben, okay, doch nur 0,5. Bis Ende des Jahres sollen die Zinsen jetzt auf 3,4% ansteigen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer, auf die wir uns einstellen können, auf die sich die Märkte einstellen können. Die Frage ist dann wirklich, passiert es dann auch wirklich höhere Zinsen? Die Leute können vielleicht ihre Kredite nicht mehr bedienen etc. pp. Was es dann für Auswirkungen hat, vor allem in der Eurozone, werden wir dann sehen. Italien schon am Schwanken, viele, viele Staaten hochverschuldet. Ob das dann wirklich so durchgesetzt wird oder ob dann doch wieder die Druckapparaturen angeschmissen werden und wieder Geld gedruckt wird. Davon gehe ich momentan zumindest eher mal aus. Aber trotzdem, wie gesagt, kurzer WIC nochmal auf die 20.100 US-Dollar, dann ziemlich hochgeschlossen sogar noch, teilweise bei knapp 22.500. Seitdem konsolidieren wir jetzt hier diesen Bereich. Deswegen, was können wir jetzt erwarten? Ich erwarte jetzt erst einmal eine kleine Konsolidierung hier zwischen 20.000 und 25.000 US-Dollar. Hier liegt unser nächster Widerstand in dem Bereich der 24.000 bis 25.000 US-Dollar. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein Szenario, dass wir erst einmal eine kleine Erholung zumindest über das Wochenende sehen könnten. Auf dem 1-Stunden-Chart liegen dann hier der 200-SMA und der 200-EMA. Wäre ein gutes Szenario, plus der Monats-Pivot liegt hier oben. Wir hatten hier relativ viel Support in diesem Bereich. Ich gehe mal wieder in den 4-Stunden-Chart, dann sieht man es besser. Hier nochmal unsere größeren Support-Zonen. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir zumindest eine kleinere Erholung hier in diesem Bereich sehen, um dann doch nachhaltig wieder abverkauft zu werden. Also ich glaube nicht, dass dieser WIC hier unten, den ihr hier seht, den wir jetzt gestern gebildet haben und den Tag davor gebildet haben, nicht nochmal gefischt wird. Heißt, ein bisschen Konsolidierung hier in diesem Bereich, bis wir dann nachhaltig doch nochmal in dem Bereich der 18.000 US-Dollar sehen. Das ist so momentan das Worst-Case-Szenario. 16 bis 18k, wobei ich eher so in dem Bereich der 17.500 bis 18.500 hier unten einen potenziellen Boden ansehe. Monats-S2, größere Support-Zone, plus unsere letzte ineffiziente Zone, die in diesem Bereich noch liegt. Die haben wir ja gestern schon mal angesprochen. Die resultiert noch aus dem Jahr 2020. Schauen wir uns hier nochmal an. Längere Konsolidierungsphase, plus nochmal ein kleines Void, was hier zu füllen wäre. Das heißt, hier liegt die meiste Liquidität. Hier liegen auch die Stop-Losses im Bereich der 20k und knapp darunter. Ich vermute, sehr, sehr viele haben ihre Stop-Losses unter 20k gelegt. Deswegen jetzt erstmal so eine kleine Konsolidierungsphase. Wäre vielleicht gar nicht verkehrt, um zumindest mal ein bisschen Hoffnung wieder reinzukriegen, bevor wir dann hier möglicherweise die nächste Rejection sehen oder erst einmal wieder ein bisschen seitwärts konsolidieren. RSI knapp nicht mehr überverkauft. Trotzdem, wir sind hier in einem absoluten bearischen Szenario. Einfach noch vier Stunden E-Mail-Ribbons liegen auch hier in diesem Bereich bei 25k. Heißt für mich, auch für die Long-Position, die jetzt mittlerweile, glaube ich, eine Entry von 21k hat, nachdem ich nach unten hin weiter aufgebaut hatte, werde ich hier oben größere Profite auf jeden Fall mal nehmen. Zumindest vor diesem Monats-S1. In Richtung Wochenende kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier auf jeden Fall nochmal diese Zone antesten. 24, 25k ist einfach nochmal so psychologisch ein bisschen eine wichtige Marke, nachdem wir hier damals rasant aufgekauft wurden und auch hier der Abverkauf dann deutlich nochmal Fahrt zugenommen hat. Deswegen, momentan würde ich eben jeden erstmal raten, nochmal ein bisschen seitenlehnt zu sein. Es ist nicht riesige Position, uns schon wieder aufzubauen. Lieber noch ein bisschen abwarten. Fett ist jetzt erstmal entschieden. EZB die nächsten Wochen jetzt auch wahrscheinlich erst einmal Ruhe, obwohl da jetzt erstmal eine Sondersitzung war. Aber trotzdem, wenn ihr jetzt in den Markt reingeht, macht es mit ECA, kauft Häppchenweise. Ich glaube, die 20k war schon mal ein guter Entry. 18k kann ich mir trotzdem auf jeden Fall nochmal vorstellen, dass wir hier unseren Wig nochmal runterkriegen, um nochmal wirklich komplett Panik zu schüren. Wir sind dann unter das alte All-Time-Hyper, ungefähr 19.600 US-Dollar oder ich sage jetzt mal knapp 20.000 US-Dollar. War das ja, weil wir noch nie unter das ehemalige All-Time-Hyper gefallen sind, einfach um die letzten nochmal mehr Panik reinzutreiben, bevor wir dann hier wirklich mal eine Relief-Rally bis in den 30k-Bereich sehen. Der 30k-Bereich, habe ich gestern schon angesprochen, ist einfach der Bereich, wo wir uns über zwei Jahre immer wieder aufgehalten haben, immer in unserer riesigen Range gewesen. Deswegen so die 30k, ob wir die dann beim ersten Anlauf gleich wieder kriegen, wage ich zu bezweifeln. Trotzdem, das ist jetzt erstmal so die ersten Zonen 25 und dann können wir uns auf den Weg in Richtung 30.000 US-Dollar machen. So, schauen wir uns Ethereum an. Ethereum, genauso gleiches Bild. Also wir sehen hier teilweise sogar weniger Korrelationen, wenn dann eher ins Negative bei Ethereum. Vor allem, nachdem wir gestern sogar knapp auf Margin-Exchanges sogar unter 1.000 US-Dollar waren, wurden wir auch hier rasch wieder aufgekauft. Aber ihr seht es halt jetzt schon hier, 4-Stunden-Chart, auch hier dieses krasse Volumen, was dann halt auch durch die Fettsitzung hier reingekommen ist. Also man hat gesehen, das Volumen war krass angestiegen. Heißt für uns dann natürlich wieder, okay, wo liegen die Stop-Losses? Die Stop-Losses liegen natürlich hier drunter. Für den weiteren Weg natürlich auch hier das gleiche Spiel. Wir könnten hier auf jeden Fall in den Bereich der 1.400 US-Dollar circa steigen. Würde hier diesen Abverkauf neutralisieren. Monats-S1, gleiches Spiel wie jetzt bei Bitcoin. 25k würde bei Ethereum ungefähr 1.400, 1.500 US-Dollar bedeuten. 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Bevor wir dann hier vielleicht erstmal so eine kleine Konsolidierung einlegen. Das sollte jetzt nicht sein. Und dann wirklich möglicherweise nochmal die Stop-Losses hier bei 930, wenn nicht sogar 700 US-Dollar zu racken, beziehungsweise abzuholen. Das ist so momentan auch hier die gleiche Zone. Schauen wir uns hier auch nochmal klotz auf den Daily Chart an, wo diese Ineffizienz, die hier einfach noch liegt, ich zeichne euch das mal hier noch ein bisschen ein, hier ist die Ineffizienz. Hier haben wir überhaupt keinen Support. Das heißt, sobald wir hier wirklich durch diesen Monats-S2 relativ schnell durchfallen könnten oder sollten, geht es auch relativ flott in den Bereich der 700 US-Dollar, wo dann unsere nächste Support-Zone das erste Mal dann liegt. Deswegen aufpassen mit irgendwelchen Positionen jetzt momentan. Dann eher DCA betreiben, kleinere Positionen. Mindestens der Stop-Loss sollte mindestens bei 950 US-Dollar liegen, wenn ihr da jetzt irgendwie reingehen wollt. Und dann müsst ihr echt hoffen, dass wir hier wirklich in den Bereich der 1.4 hochsteigen. Deswegen rate ich momentan vor allem weiterhin bei Altcoins ab, in irgendwelche Positionen hier noch reinzugehen. So, Cardano, wollte ich nicht. Cardano hält sich weiterhin relativ stabil, muss man schon dazu sagen, wobei sich der gesamte Altcoin-Markt weiterhin relativ gut hält. Also wir halten uns auch hier, um kurz einen Blick auf die Bitcoin-Dominance zu gehen, 45%, 45,4%. WIC, sage ich mal, auf die 45%, das war ein bisschen übertrieben hier, in Richtung Monats-Pivot ist auf jeden Fall noch drin. Würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen. Deswegen halten sich auch momentan die Altcoins ganz gut. Gut, bestes Beispiel, wie gesagt, ADA. Kann man sich hier nicht beklagen. Der WIC ist trotzdem noch nicht gefüllt. Deswegen, ich kann mir auch hier noch tiefere Kurse, mindestens in Richtung Monats-S1, 0,35 bis 0,30 sind so die Zonen, wo ich dann wirklich nochmal größeren Batzen reininvestieren würde. Momentan auch hier läuft die CA. Ihr seht, wir haben hier auch noch Schwierigkeiten, hier drüber zu kommen. Trotzdem, kurzfristige Relief, Rally in Anführungszeichen, ist auf jeden Fall das Ziel von 0,60, was ich mir kurzfristig vorstellen kann. Ansonsten weiterhin alles downwärts gerichtet. Wir sind in einem klaren Downtrend. Volumen ist zwar hier auch krass angestiegen. Also man sieht, Cardano-Volumen in den letzten Tagen deutlich, deutlich angestiegen. Aber heißt für uns einfach, die Stop-Losses liegen hier drunter und die werden wahrscheinlich früher oder später einfach noch gefischt. Gut, soviel dazu. Wenn ihr irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, schreibt es unten gerne in die Kommentare. Jetzt können wir uns dann langsam mal, jetzt wo sich der Markt ein bisschen stabilisiert hat, doch wieder mal mehr in die Altcoins reinglotzen. Auch hier schauen wir uns noch XRP an. Kurz mal auf einen kleineren Time-France. Wir konsolidieren hier in unserer Support-Zone. Nächster, sag ich mal, Widerstand bei 0,38. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es hier noch gefischt wird, weil auch hier der 200er SMA und der 200er EMA liegt. Und ihr kennt es, bei Altcoins ist es einfach die größte Widerstandszone. So, soviel jetzt zu den Altcoins. News gibt es momentan keine. Könnt trotzdem gerne bei Krypto-Gerufe beikommen. Sind noch ein paar Chart-Analysen drin. Matic und Cosmos. Krypto-Trading-Kurs könnt ihr euch gerne mal angucken. Ansonsten würde ich sagen, heute Abend 19 Uhr, Livestream auf meinem Kanal. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Link werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten seid einfach um 19 Uhr auf dem Kanal. Am Start freue ich mich drauf. Vielleicht kriege ich noch irgendwie einen Gast her, so kurz spontan, wer vielleicht Zeit hat. Ansonsten schönen, erfolgreichen Tag wünsche ich euch. Wenn es irgendwas gibt, kommt die Telegram-Gruppe. Lasst ein Video ein Like da, abonniert den Kanal. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder und wie immer. Stay Crypto. Ciao, ciao. Bis heute Abend. Livestream time.